Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reinklickt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Polestar 2, eine sportlich orientierte Limousine, die es geschafft hat, mein Herz schon zu erobern, damals als das Fahrzeug 2020 erstmals auf den deutschen Markt kam. Ich finde ihn optisch sehr, sehr ansprechend. Dieses kühle, schlichte, skulpturartige Design oder skandinavische Design, muss man ja klar sagen, denn Polestar selbst sieht sich ja als skandinavische Marke, ist beheimatet unter anderem mit Volvo im Gili-Konzern. Dazu gehört ja unter anderem auch Lync & Co. oder gerade sehr frisch hier auch am deutschen Markt erscheinend demnächst Sieker. und hier hat man mit dem Polestar 2 hat man ja 2020 den Erstaufschlag in Deutschland geübt. Das Fahrzeug eben eine klassische Limousine, hier nicht ein beliebtes SUV und da hatte man sich schon gefragt, wie ist denn da so der Verkaufserfolg, wenn man nicht das klassische SUV bedient. Und man muss sagen, Polestar hat das Ganze recht gegeben, denn das Fahrzeug hat sich weltweit seit 2020 über 150.000 Mal verkauft. Ganz klar, China so ein bisschen eher der Hauptabsatzmarkt. Dennoch, Deutschland hat sich gut gemausert. Über 15.000 Polestar 2 sind hier auf den deutschen Straßen zugelassen bereits. Und der Polestar 2 zählt zu den Top 10 der beliebtesten deutschen Geschäftswagen und hat es sogar als einziger deutscher Geschäftswagen auf eines dieser Platzierungen geschafft, als elektrisches Fahrzeug. Und das will auf alle Fälle etwas behaupten. Natürlich, beliebtestes Fahrzeug bleibt weiterhin der VW Passat-Variant. Doch, was hat sich denn jetzt zum Modelljahr 24 wirklich verändert beim Polestar 2? Optisch sind die Änderungen gering. Man sieht es direkt hier an der Front und das sehen vielleicht auch erst einmal wirklich nur Kenner. Denn man hat jetzt hier ein Kunststoffpanel eingezogen, hinter dem sich die wesentlichen Assistenzsysteme nun alle befinden. Das sieht man auch bei Volvo schon etwas länger, bei den XC40 Recharge-Modellen zum Beispiel. Das hat man jetzt auch bei Polestar gemacht. Und zudem ist das jetzt auch das einheitliche Gesicht für die künftigen Polestar-Modelle, die da kommen. Nächstes Jahr kommt unter anderem der Polestar 3, das erste SUV. Große Batterie, 111 Kilowattstunden, fassend Vermögen, auch sportlich orientiert, sieht eher so ein bisschen aus wie ein dynamischer Kombi. Statt SUV 1,60 Meter nur hoch, 4,90 Meter lang, 2,90 Meter Radstand. Auch hier neueste Technologie an Bord mit optionalem Leader und autonomen Fahren, was man hier verspricht. Und auch da sieht man wieder an der Front eben auch diese geschlossene Maske. Jetzt aber auch zum Modell J24 gab es auch ein technisches Update. Und das war wirklich entscheidend in meinen Augen. Denn man hat nicht nur zwei Elektromotoren komplett neu reingepackt, die sind deutlich effizienter. Man hat auch eine größere Long-Range-Batterie hier verbaut. Die stieg im Speicher, Brutto Speicherkapazität von 78 Kilowattstunden auf 82 Kilowattstunden. Der kleine Akku mit 69 Kilowattstunden Brutto, der bleibt existent. Der bildet auch dann den Einstieg in die Polestar-Baureihe. Und zwar hat der dann einen Elektromotor, der 200 kW Leistung bietet und eben eine 69 Kilowattstunden Antriebsbatterie. Interessant und neu auch jetzt. Der Motor sitzt nicht mehr vorne und treibt nicht mehr vorne die Achse an, sondern sitzt jetzt an der Hinterachse und treibt auch diese an. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Hinterradantriebsfahrzeug. Und das ist sehr, sehr essentiell, denn nun sind viele Schwächen, die der Polestar mit dem Single-Engine gebracht hatte, jetzt wirklich weg. Das Fahrzeug soll sich deutlich dynamischer fahren, deutlich handlicher sein und eben auch mehr diesem dynamischen Charakter entsprechen. Über dem Single-Engine mit der kleinen Batterie kommt dann der Single-Engine mit der großen Batterie. Mehr Strom, stärkere Bestromung des Elektroantriebs. Das bedeutet auch mehr Leistung. Wir haben dann 220 kW oder 299 PS an der Hinterachse. Beide, in beiden Fällen bei der Standardvariante 490 Newtonmeter maximales Drehmoment. Darüber rangieren dann zwei Modelle mit Dual-Engine. Zwei Motoren, einer vorne, einer hinten. Die haben dann eine Leistung von 310 kW oder eben mit Performance-Paket sogar 350 kW und einen Drehmoment von 740 Newtonmeter. Damit geht es auch richtig zügig dann von 0 auf 100. Wir fahren nämlich auch hier die Top-Variante. Da beschleunigt das Fahrzeug in 4,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Allengemein ist übrigens eine elektronische Abregelung der Höchstgeschwindigkeit auf 205 Stundenkilometer nun. Jetzt wollen wir uns aber natürlich den Polestar im Detail anschauen, wie er sich fährt. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auf die Straße mit dem Polestar 2 Modelljahr 24. Viel Spaß! Wir haben uns gleich hier eine kurvenreiche Strecke gesucht mit dem Polestar 2. Denn er ist ja nicht einfach nur ein normales Elektroauto oder er will nicht einfach nur ein normales Elektroauto sein, sondern er möchte ein Performance-Fahrzeug sein. Denn Polestar 1 war ja eins der Haus- und Hof-Tuner von Volvo. Und aus dem Hintergrund ist man sich natürlich oder verschreibt man sich selbst das Thema Performance. Und das kann der Polestar 2 besonders. Natürlich jetzt hier in der Top-Variante mit dem Dual-Engine- und Performance-Paket. Da haben wir dann 476 PS Leistung. Also jede Menge und natürlich das durch die zwei Elektromotoren, die wir haben. Permanent erregte Synchronmaschinen sind das. Die haben natürlich ständig Dampf und dann drückt der Polestar auch kräftig voran. 4,2 Sekunden, wie schon gesagt, auf dem Stand auf Tempo 100 für das Top-Modell. Die Standard-Variante macht das in 6,9 Sekunden und mit dem Long-Range-Batterie sind es dann 6,2 Sekunden. Ja, wie ihr jetzt auch im Kamerabild seht, sobald die Straße etwas holpriger wird, wird es hier drinnen auch etwas, sage ich jetzt mal, ungemütlicher. Woran liegt denn das? Das liegt ganz einfach auch eben an dieser Performance-Geschichte, denn Polestar hat hier auch ein eher sehr, sehr straff ausgelegtes Fahrwerk drinnen. Gerade die Performance-Variante ist nochmal deutlich straffer mit diesem Öhlins-Fahrwerk, das zwar einstellbar ist, aber auch nur dann, wenn man eben die Räder abbaut. In meinen Augen, ich persönlich würde die Standard-Variante hier auch empfehlen. Die ist wohl etwas komfortabler, auch etwas alltagstauglicher in der Hinsicht. Wobei ich sagen muss, selbst wenn man jetzt hier auf Landstraße unterwegs ist, im Landstraßentempo, hier sind auch so ein paar Aufbrüche, da passt das Ganze dann. Und auf der Autobahn ist das Ganze auch okay. Nur im Stadtverkehr, da wir dann im tief liegende Gullideckel sind oder Querfugen, das mag dieses Fahrwerk halt einfach nicht so optimal. Da sollte man dann eben bei einer ausgiebigen Probefahrt einmal prüfen, ob einem die sportliche oder die straffe Fahrwerksauslegung gefällt. Die Lenkung gefällt mit Direktheit, könnte allerdings etwas, sage ich jetzt mal, mehr Feingefühl vertragen. Mir persönlich taugt es. Die Platzverhältnisse sind auch hier Sportwagen typisch oder eher Sportlimousinen typisch etwas knapper hinten im Fond. Dafür eine große Heckklappe, gut beladbar und ein fast ebener Laderaumboden, wenn man dann die im Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel umlegbare Rücksitzbank umlegt. Also ein Lademeister ist er sicherlich auch nicht, dennoch aber für so ein Alltagsfahrzeug sicherlich ein durchaus gut nutzbarer und auch großzügig bemessener Kofferraum, den wir hier haben. Der Innenraum selbst, sehr, sehr gute Materialauswahl, vor allem auch viel veganes Material, nachhaltiges Material auch verwendet. Das passt alles wirklich richtig gut hier drinnen. Auch sehr schön, sehr clean das Ganze aufgeräumt. Man hat hier ein voll digitales Kombi-Instrument und hat ein gutes Media-Display und das Media-Display auch hier mit Google Maps und Google als Betriebssystem bzw. Android als Betriebssystem hier drinnen intuitiv bedienbar. Der Google Sprachassistent hilft natürlich auch dann. Und wir haben hier auch einen schönen Wählhebel in der Mittelkonsole, der auch so einen schönen Polarstern so ein bisschen simuliert. Ich finde, das hat alles was. Die Stoffbahnen, die hier drinnen sind, die Materialien, auch überall wieder Stoff eingezogen in den Türverkleidungen und so. Das fühlt sich alles sehr hochwertig, sehr wertig an und auch selbst ein veganer Lenkkranz, den wir hier haben. Also das alles richtig gut. Und auch die Ausstattung einwandfrei, die wir hier haben. Wir haben Lenkradheizung, Sitzheizung. Wir haben zusätzlich jetzt hier auch noch eine Lederpolsterung drinnen. Es soll jetzt aber auch ein veganes Ledermaterial dann geben. All das eben hier drinnen, um auch den Fahrkomfort auf längeren Strecken sowohl zu steigern, als auch eben für ein besonders wohnliches Ambiente zu sorgen. Auch das große Glas-Panoramadach sorgt dann hier für ein luftiges Raumgefühl, auch wenn das Fahrzeug hier, wie gesagt, eben etwas enger geschnitten ist. Doch ehe ich es vergesse, bevor wir zum Fazit fahren, habe ich ja ganz vergessen, Thema Laden natürlich ganz klar, denn das hat sich auch hier verändert. Der Polestar 2 lädt jetzt deutlich schneller, bis zu 205 kW mit der großen Batterie kann er jetzt im Peak laden. Ladezeit sind dann auch 28 Minuten für die Standardladung von 10 bis 80 Prozent. Also auch hier eine Steigerung der Performance natürlich. Und was man auch sagen muss, die Assistenzsysteme funktionieren jetzt auch noch mal deutlich zuverlässiger, deutlich souveräner, wie ich finde. Gerade so fast schon teilautonomes Fahren ist hier gut möglich mit dem Polestar 2. Mir persönlich macht das Fahren jetzt auch Spaß und deswegen, ich drehe jetzt noch ein paar Runden und dann geht es wirklich zum Fazit. Günstig war der Polestar noch nie. Das muss man sagen, 50.775 Euro, das ist die Basis, die man bezahlen muss für den Single Engine und zwar mit kleiner Antriebsbatterie. 4.700 Euro übrigens kostet der Aufpreis dann für die Long Range Batterie. Ich glaube, das wäre auch persönlich mein Favorit, den ich empfehlen würde, denn die 200 kW Leistung, die reichen völlig aus. Das haben wir schon in vielen anderen E-Fahrzeugen kennengelernt. Die große Batterie ist natürlich gerade dann erstens für den Wiederverkauf, wenn man das möchte. Sehr interessant, zum anderen natürlich auch für die gesteigerte Reichweite im Alltag. So würde man sogar laut WLTP-Zyklus über 650 Kilometer schaffen. Ich denke mal, in der Praxis sind 450 Kilometer gut machbar auf alle Fälle. Wie das dann im Winter ist, das sehen wir dann natürlich dann vielleicht erst mal in einem ausführlichen Test, wenn wir den Polestar 2 mal mit dem Single Engine und der großen Batterie testen. Auch das Laden werden wir dann genauer unter die Lupe nehmen. 205 kW Peak Leistung bei der großen Antriebsbatterie sind auf alle Fälle schon mal eine Steigerung. 28 Minuten gibt Polestar an für 10 bis 80 Prozent für den Peak. Das ist auch eine gute Leistung und ich denke, das wird er auch ganz gut schaffen. Also auch hier hat man schön nachgelegt zum neuen Modelljahr. Optisch hat sich ja nicht viel getan, aber brauchte es in meinen Augen auch nicht. Das Fahrzeug ist weiterhin sehr schön anzusehen, sehr modern, sehr klassisch. Also irgendwo eine schöne Mischung eigentlich aus dem, was früher für mich auch die Dreier-Limousine von BMW verkörperte. Er fährt sich sehr schön. Das neue Fahrwerk beim Standardmodell konnte ich leider noch nicht testen. Das soll etwas weicher abgestimmt worden sein aufgrund der Hinterradantriebsversion. Die Dual-Engine-Version hier mit Performance-Paket bleibt im Stadtverkehr etwas holperig. Im Landstraßen- und Autobahnbetrieb dann passt das ganze Fahrwerk-Setup aber ziemlich gut. Man könnte natürlich, wenn man es dann möchte, Räder abbauen und mit dem Öhlins-Dämpfer ein bisschen mit Klicks das Ganze nochmal einstellen. Ich glaube, das machen allerdings die wenigsten. Vielleicht macht man das mal beim Winterreifenwechsel oder ähnliches. Dann kann man da sich ein wenig durchklicken. Durchklicken kann man sich hier auch bei UbiTestet durch die einzelnen Videos. Ich hoffe, euch hat der Kurzeinblick hier in das Polestar 2 Modelljahr24 gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und vor allem ein Abo des Kanals freuen. Und vor allem jetzt, wenn ihr euren Kommentar unten in der Kommentarbox hinterlasst, sodass wir jetzt gerne über den Polestar 2 diskutieren können. Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir eure Gedanken. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei UbiTestet für ein neues Review auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sage danke fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi. Tschüss und Servus, euer UbiTestet für ein neues Video.